Nick Fury, in einer Woche werden sich die Menschen im Krieg befinden. Während sie sich an die Gurgel gehen, brechen wir ihnen das Genick. Also sind Sie dafür verantwortlich. Was denken Sie, warum ich hier bin? Er hat sie gelehrt, dass sie kämpfen können. Es wird immer jemanden geben, der an ihrem Stuhl seckt. Die einzige Superkraft, die ich habe, wurde mir von meiner Mutter zwischen die Ohren gepflanzt. Wenn das nicht reicht, weiß ich nicht, ob wir eine Chance hatten. Du wirst zumeist gehasst, Mann, auf dem Planeten. Das ist ein kleiner Vorgeschmack, Nick. Bald bekommst du von mir das volle Programm. Fury, du bist schwach. Sie sind nicht in der Verfassung für den Kampf. Lass den Angriff ab und rette dein Volk! Und jetzt erschießen Sie mich? Vielleicht. Höchstwahrscheinlich. Das war's. Ich erinnere. Das war's.